Hallo, hier ist euer Crazy Schmied und willkommen zu einer neuen Folge zu Crazy Miss Night Tokyo. In der letzten Folge haben wir ja den Weltraum Cup auf leicht abgeschlossen. Heute fangen wir auch von vorne an. Ja, Wumbacker habe ich ja in der allerersten Folge gemacht. Ich zeige es dann auf Mittel. Heute machen wir jetzt nun den Mikro Cup auf Mittel. Wir haben aber schon eine Kombination. Und zwar hier der Femmikus als Binox Pilot. Also Binox Pilot Crash. Dann die Karosserie Neon Falke. Und die Lackierung Blau. Oh, also tja. Okay. Garten. Ich glaube, weil die noch preis ist. Hat auch noch nicht alle. Auf jeden Fall, tja. Hier kommen wir uns schon. Fragen wir hier auf Dienesberg in Geheimhöhlen. Auf Geheimhöhlen, Papus Pyramide, Turcortex und kleine Arena. Auf Mittel. Los geht's. Los geht's. Auf geht's. Los geht's. Und ja. Ich habe irgendwie darauf irgendwie Bock in, in letzter Zeit, dass ich kenne, welches Nitro Fuel dann aufnehmen. Also da habe ich irgendwie Bock drauf und ja, deswegen wollen wir mal sagen wie ich da mit dem Zeitfahren mache. Ich kann mir überlegen wie ich das machen soll. Ich kann mir überlegen wie ich das mache, dann auf geht's. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ich bin ein paar Sekunden, ich bin ein paar Sekunden, ich kann ein paar Sekunden. Und ja! 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 Ich bin echt gespannt! Und ja! 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 Locker! Und ja! Und ja! Und ja! Und ja! Ja! Und 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 ja! Die Abkürzene habe ich doch auf! Da war ich nicht so viel Tempel gehabt, ich habe ihn getragt. Und da fliegt der Controler, ja. Zum Glück ein Kratzer, sonst wäre er ein Kratzer, dann wäre ich total ausgetickt. Und ja, deswegen... Ich bin gespannt, wie die nächsten Kapseln aussehen werden. Auf jeden Fall, für mich ist Mittel irgendwie als einfach gedacht. Ich habe es ja gerade eben ja gesehen, ich... Es ist ja einfach dran vorbei. Als wäre da nie nichts geschehen. Ich gehe da wieder probieren, obwohl ich vordeck... Ich gehe da noch eine Abkürzung... Gott, das war ich für mich. Ich gehe da noch nicht vor, ich gehe da noch nach oben. Aber hier ist nichts verkauf, ich gehe davon. Ich gehe da noch ein Kratzer. Ich denke da noch eine Abkürzung... Aber wie ist er jetzt in dem Krieg? Gut. Also, klar, finde ich schon wieder eine Ausfallung, das sein würde da sind. Klar, mit dem Kaviar hat uns abgeschlossen auf dieser Zwecke, aber wie geht es hier? Ah! Ich glaube, ich habe einen Zweifel. Ich werde die Reise von den Vorschlägen. So, ich kann sein, weil ich jetzt nicht kann. Das war's für heute. Letztes Rennen Mh bei diesem Cup Saumi-Sami-Kan-Ansele Mh-mh 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 Wohooo! Ich habe hier einen Vorsprung! Ich bin mir so froh, dass der Vorsprung dann nicht verschwindet! Ich bin mir so froh, dass der Vorsprung dann nicht verschwindet! Wohooo! Aber wie lange wir die Barbe? Ich habe es nicht mit Farben. Wir müssen die Barbe. Es ist die Barbe. Ich habe das nicht mit Farben. Wir müssen die Barbe. Das war's für heute. Oh. Oh, das ist so wichtig. So, auch wieder geschafft. So, auch dieses ... oh, 17 Minuten. Was ist der letzte? 23 Minuten. 23 Minuten. So ist die vom Ladenzeit gerechnet. So, jetzt ist die 208. So. So. Anything cup this up? So. 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 So.